ähm Hammer 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 sich jetzt verreckt Jetzt verreckt Herzlich willkommen zurück wieder bei Heroes and Generous mit den Lappen Wirklichen Lappen mit den Lappen Ja komm Nächster Ja ich hab also ich hol' Auto Ich hol' Auto Ich hol' dich Auto ich fahr' bei Futur mit Kürbel Fahrrad Warte ich ne Panzerfaust mit Ich hab Panzerfaust dabei Ja bist du ne Fahrrad mit oder? Nein ich hör' Futur mit Futur Futur Nimm mich mit Ja der hat Auto Ja der hat Auto Ja der hat Auto Ja der hat Auto Ich hab Panzerfaust Ich würd lieber stehen bleiben Futur ich hab Panzerfaust Ich schieb drei weg Ich kann was ganz anderes wegschließen Ja Moment ich komm 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 Hier so jetzt komm Ach man das ist ja langweilig So ich mach hier Navigationsgerät Bitte folgst du dir die Straße Also ich muss ja auf die Straße gucken Folgst du dir die Straße? Folgst du dir die Straße? Folgst du dir die Straße? Welche Straße? Ja wir haben ja gleich weiter fand wir folgst du dir weiter der Straße weiter der Straße Der Fahrer wo man hier seit weiter Weiß wie Scheiße das ist 200 Metern nicht links abbiegen Rechtsabbiege war rechtsabbiege Jetzt rechtsabbiegen Jetzt rechtsabbiegen Jetzt rechtsabbiegen Ich hab jetzt hier oder reicht Ich bin da Ich bin fast tot 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 Ola Wir gehen ab Boah Wie SchnitzGatze Ohy hier ist ein Gewerbeziehsteller Ich bin fast do Ich habe schon wieder einen contestiert in Yay Hier ist schmutzgatze Nie die ganze Zeit schüße man Er stopped Ich bin fast tot ich komme mit dem also steht man auch mal wieder aber ein weiteres er hier ob er beschließt mich einer deswegen die werden von Flugzeugen bombardiert im Punkt aber er trifft einfach uns nicht weil da der Holzdecke ist der Holzdecke bei mir das Gegner da muss er die beste Waffe hier ist es ohne Scheiß einfach der Holzdecke Kreiser der erste war der Rüsterwixer warum regelt sich das dauernd immer so schreißen laut keine Ahnung Alter aber du gehst vielleicht da links hinten Alter der wurde gerade erschossen der ist schon wieder toll ich glaube ich sehe ich habe dir gesagt dass hinten sei da da hinten Alter wie weit sie die weg und die geben uns Headshots ganz genau ganz genau okay die wissen wie was bleibt haben wir gewinnen aber was super zu riesen wir gewinnen gar nicht futur wir müssen bis 2 oder 1 erst mal capture du weißt wie schnell das wieder vorbei ist aber wir haben wir haben wir haben so schon am fahrrad aufsteigen ich hab doch mein Auto warte mein Auto ist ja scheiße gehalt gut für dein Auto bis das los fährt hohe ich bin ich bin tot das hat was gesagt hier ja das sieht man wenn man wo man bekommt was da ich habe gesagt da ich bin die die spawnen und ich wurde ich wurde in den arsch geschossen hat so bist du ich war jetzt los vielleicht schon da vorne war bist du schon da vorne wenn man hier ausbauen kann ich glaube ich bin so weit hinten gespawnt ja ich bin schon wieder fast vorne weil ich falls mal der kopf weiß das lad ein hinterhalt die wichser gammeln ist ein scheiß oh ich sehe sie ich bin hinter ihnen ich bin hinter ihnen du im öl von hinten hier einfach war schon was du noch maschinen bist du dabei mann kannst du eigentlich jetzt habe ich glaube ich gesehen wo denn wo ist euer scheiß auto hat mich verraten ich habe kein auto kann ich fahren ein auto ist die sport das ist doch das captain scheiß punkt ist doch behinder das spielt Faktix mal weiter die Sterne ohne Sohn ich bin traurig weiter ich habe die Hälfte weil er das will nur ich habe gehört schütteln die Verlierer oder hinterher ist die wieder einer jetzt bin ich tot aber ich will nicht mehr er zieht einfach eine Scheißpistel 3 4 ja mit der Welt über das Spiel Mann Scheiße hier die Kälte laut Pizmi ist das Spiel absoluter Bullshit Kälte der Gäste hätte ich halt dieses dieses Spiel hier das macht ihr es fadet bis absoluter Bullshit aber macht voll Schiff ab in der Städte der Wünsche ja aber macht man mal eine Karte jetzt kriegst du mal Headshot von mir hier verabschiedet wird und ziviltracht wird auf der Straße Elisabeth die Ereignisse ausgestiegen aus dem Ziviltracht der Strafraum steht jetzt nicht mehr rausgefallen ja hinten dran ist noch einer jetzt nicht mal c3 wieder ein und ich bin alle dahinten bei dem gebäude das sind vier oder so ich bin unter beschuss von allen gleichzeitig ich will mich verlieber woanders sind denn zigzag fahren fahrrad zigzag ist immer eine gute Abwehrmethode ich sage ja ich habe mich bei mir aber hat er 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 Achtung Fluchwollmachbomba ich habe heute denke er wollte ich jemanden aber geht es ist sicherlich wenn holz sein habe ich ja gar nicht so werden ganz viele diese alle gibt haben gewollte hier drübe ich verkehre ich gar nicht nix der der sich was ich gerade alle jahre so ein aber ich treffe die Sacker nicht, die sind zu weit weg, ich bin mit dem Fahrer zu weit nach hinten gefahren, ich fahre mal wieder weiter vor, dann schießen sie wieder alle auf mich Super, klasse Idee Boah, rechts, Michael, rechts Wo? Ja, da, die Kugeln herkommen, da Ja, wo rechts? Es gibt viel rechts Es gibt 90 Grad nach rechts und Also zwischen ganz rechts und links Also da, da läuft er Ich habe auch einen abgeschossen Da ist einer Hammer 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 Jetzt verreckt, jetzt ich hab ihn Oh oh Wollen wir mal zu B3 gehen, weil... Achso, wo zu haben wir Warte mal mal die Map Ja, mach mal das Gewehr weg So, ich hab die M1-Gerant, Alter Okay, ich sprechst du jetzt gleich Markus, wo bist du? Hey, erstmal mach ich die Kinder mit Was ist, du bist du? Soll ich mit, ja, du bist mit, ja, du bist mit mit Deckung Oh, also gut, wir haben es mit O2 Einer, der Leiser, der Leiser, der Leiser, der Leiser, der Leiser, da Mann Nein, haben wir, da, da, aber immer noch nicht Da fahrt immer noch, wenn ihr Fahrrad rum Geht, doch mal, an der Elter, wie ich, was hat der Führer und alles und tot und das ist auch einer im scheiß 8 oder kommt sagen sage ich doch bombe ich habe keine holzdecke oder war die scheiß holzdecke okay wo gehe ich jetzt sind in deckung ihr wisst jetzt richtung 1 und arbeit das heißt wir gehen jetzt zu x1 was ist okay das ist eigentlich x1 x1 hier kann jetzt x1 an aber der hügel liegt bei b2 in die richtung wurde in der fahrt bei b1 ich war jetzt fahrrad ich bin ich sei ob es durch zwei ja auch auf mich da hätten sich so geschützt wo sich direkt dem hier schon wieder einer wette das tolle und hinter mir auch alter die auch wieder um zwei umschulden ich war schon der natur zu hat und jetzt Arbo hinter mir ist grüßes ist ja ich weiß dass er in der Befadung gesicht gegeben hat nach ein Mensch nahe weit ins Bett ja ich war auch über die Foto weil ich rede aber leider ohne ebenso nicht weichen x1 da ist es so schön schön ich bin ich ekei ich will jetzt sind ich weiß über x1 ist eine gute Idee ich würde doch gar kein Opfer oder so ich bin die markus-tob-druck alle alles da alles taktik vielleicht war das so die bohren heute komme ich versuche die bohren zu holen ja ich gebe dir was hier an die deckung gibt die deckung hier und du und wir decken ja ich hoffe hinten ins hausen wort das kann ich gut hätten leider ich sie zu lange ist hausen wort ja aber ich sehe die bohren durch kann ich schon mal jetzt hier und ist immer noch so geil da ist er doch für das da hinten ist eine hallo zwei deckung er ich bin weg ne wasser bei gegräbt gibt mir deckung ich bin im flack oberhalb ich will der bischof ja er von nichts ein oder hätte bei 2 da hinten ist ein fahrzeugfoto hinter dir strecken wir aus zwei fahrzeuge alter der kommentar der roth 1 wurde gehead schottet von hinterher wo hinter dir ja ich auch mal oder seiner das ist eine der steckt hat uns fahrt aufstecken drin äh die greifen schon wieder o2 ab das ist auch cool natürlich greifen die o2 was willst du machen wenn wir o2 verteidigen müssen spawnen alle bei x1 alle spawnen ja natürlich bei x1 oh jetzt wurde ich gesehen alter war zu hua nee okay ich schwirr hinterher war ich komme dir hinterher geschraubt hätte das ist eine gute idee glaube ich ich bin dauerer machen schwimmen scheiße und jetzt hat eine idee aber echt so alt ja natürlich ist das eine geile idee in den selbstmord zu rennen hast du dich auch noch mit schwimmen der bessere idee habe ich nicht ich schwirr jetzt alle zu x1 ich schwirr jetzt alle zu x1 steht schon wieder so ein scheiß schütze und ich schwirr direkt auf ihn zu das vielleicht uncool ich bleibe lieber stehen okay er ist weggelaufen weiterlaufen weiterlaufen da kommt immer mehr alter spawnen da noch ja die fahrt alle weg die fahrt alle zur brücke die fahrt alle zu r2 du bist wohl mit fahrrad über das wasser oder ich bin schieße ich kann das achtung da drüben ist schon wieder einer mit seinem fahrrad ich glaube der hat uns gesehen nein er hat sich alter wir kämpfen x1 jetzt schnell guter jetzt achtet auf uns ja ich komme mit dem fahrrad oh scheiße ich komme ja ich schwirr ich komme ich drücke doch hat es doch hat mich keiner gesehen also kannst du auch ertrinken herrn kann ich doch kannst du wenn du mit dem fahrrad unter wasser fahren bist du ich versuche auch nicht mit dem fahrrad unter wasser zu fahren und jetzt habe mich da oben einer gesehen ich bin tot direkt vorm land einfach ne jetzt oder doch da hockt einer oben auf das dach und guckt ins wasser rein so einfach gar nicht probieren darüber zu springen ja jetzt bin ich schon der mitsch dann beim leben michael ist zurück die haben uns wieder in karten erkannt egal ja aber zurück ich glaube ich rette euer leben auch nicht er ist so und ich habe mg aufgehoben die party kann starten du kannst ja eh nicht umgehen letztes Jahr hat es auch ein mg gehabt und konnte es nicht mit umgehen ja aber da wusste ich nicht dass man damit nicht laufen darf jetzt weiß ich es weil ich einfach stehen und mal alles weg ja dann gib uns feuerschutz ich wurde erwischt ich war jetzt ich war jetzt über die Brücke mit meinem Fahrrad oh Gott das sind drei Mann drei Mann Markus drei Mann das Fahrzeug ich muss schnell ins Land schnell in den Augen ja Markus ich beobachte dich gib uns Feuerschütze ich bin zu weit weg ich bin zu weit weg nee ich bin tot ey gut du auch gleich das wäre nur noch der Feuerschutz das wäre nur noch der Feuerschutz das kann kein Feuerschutz geben der ist zu das ist dumm alter ich bin viel zu weit weg du bist du garst ich lebe noch ich habe eingekehrt die Headshots jetzt aus dem Fahrzeug ich hätte schon mal mehrere ich schieß doch schon MGS King alter MGS King Töte die Leute hier aber auf Distanz nie wo ich nicht mal gewährt habe ich schon hier weg mal ich habe jetzt alle weg gemacht hier kommt vor und ich habe auch zwei Stück weg gemacht ja ich hab drei und ich hab von der ganz hinten einige jetzt kommt mal vorkommen was hier rumliegt ja wir sind schon wieder unter Beschuss von da drüben da steht einer der Mauer an entschieden der ist weg gut 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 der 2 ist auch weg es gibt Gas und Komfort ich lauf doch schon aber ich bin da reload da fährt ein Fahrrad boah der ist kugelsicher ja irgendwie schon ich konnte ihn auch nicht treffen boah da hockt ein auf dem Fahrrad auf dem Dach ach so rechts 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 ist ein rechts wo 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 erst mal rein in das Haus erst mal rein in das Haus ich kann mich hüpfen ich kann mich hüpfen wo auch gut rechts im Haus rechts runter hinter Maus ich bin im Haus deutlich Komfort ja ja mein ich hab jetzt so ein paar vorbeigehalten ich ja es wird das sind nicht nur Taktik heute ja ich bin drin bin drin bin drin bin drin bin ich bin ich bescheid war über 6 1 das ist das Go 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 Team kann ich es im Sinne aufsteigen lassen wir beide vorbei rennen bringt das Fahrrad wenig so so komm 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 gleich x1 da ist sauber das nix hier ist zu alter die Tür ist zu gebauert nachdem ich sage ich auch eine Scheiße hier er wird zugemacht ja genau weil es über x1 das Spiel ist so prämen du kannst um während den Spielen Mauern ja aber und das sind doch über mich auf der vor Ort als er hat aber nur er kann einfach alle weggeholt außer ich nur noch Markus begann durch die Tür gelaufen Markus kämpft der Scheißraum ok Markus ist auch von dem RGD 33 getötet worden hä was das für Hacker alter für das dritte wie das ja ich hab was fliegende ich hab Auto schnell schnell kommt ins Auto ja warte 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 ja gib Gas ich kann nicht so lange stehen ok warte 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 wo ist Markus ich komme wo denn ich spawne da ist er da ist er links ist er doch ich bin ich bin du auch wenn ich so doch die die ich bin der das du hast du hast oder das weiß nicht so praktisch achtet das bleibt es gibt die das das der 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 das ist einfach drei Stück. Ich habe eingekillt. Schieß weiter! Jetzt muss ich reloaden. Sorry. Ich steige aus. Ich steige aus. Ich steige aus.